Aufschalten? Jo. Mach den weg. Komm, Volgas, Volgas, was geht, was geht, auf geht. Smartbombs, das ist doch ein Drecksack. Horvitz auf 15. Ja, wir haben meine Drohnen weggepackt. Okay, auf 20, Horvitz. Okay. Mach den weg, mach den weg, mach den weg. Wir wissen zwar nicht, aber ich kann auf jeden Fall scannen. War der Drohnen draußen? Ich glaube, meine Drohnen sind immer draußen. Jetzt hat er seine draußen. Das hat er kaputt gemacht, der Depp. Ich kaufe drauf, ich kaufe drauf. Hat der Drohnen draußen? Ich sehe keine Drohnen. Nee, nicht mehr. Jetzt ist er aber zerstört. Niebis. Mach die kaputt, ich will die Drohnen kaputt sind. Ja. Ist schon lange da. Mach die kaputt. Mach die Masse runter, ich will. Der kann nicht springen, Dirt Timer. Der kann nicht springen, ich auch nicht. Der greift. Ja, dann hau ab da, geht er weg, geht er weg, geht er weg. Wenn du nichts zum Garten hast. Dirt Timer. Also, wenn du die schrauben hast, mach ich es mal. Ich hab das nicht. Ich habe das nicht. Ich halte mich noch nicht lachen. Neue zu schrauben. Der ist aufgestiegen oder was? Wo ist der hin? Ist der aufgelockt? Der ist aufgelockt, aber der kann nicht weg bei dem Timer hat, mach den platt, mach den platt, mach den platt, so ein Vollidiot. Alles drauf, drauf und schnallen, alle egal, was, alles drauf, ich will, dass er nicht wegkommt. Bam, Baby, Kapsel auch noch, Kapsel, Kapsel, Kapsel. Der ist weggekommen, der ist weggekommen, ach, fuck off, kippst du.